Grüß dich Robert. Servus. Hi. Was machen wir heute? Ja, heute haben wir was Duomäßiges, bei der Bekäufe und Klavier. Können wir was von Piazzolla machen? Da haben wir da schon mal was gemacht von Piazzolla. Das stimmt, da haben wir mal das Libertango gemacht. Libertango, genau. Was wollen wir jetzt heute machen? Jetzt könnten wir heute das Oblivion machen. Ach, das Traurigestich. Das ist ja sofort ein Traurigestich. Ja, da müssen wir uns dann halt zusammenreißen. Nicht weinen, gell? Nicht weinen. Du dürft auch nicht weinen bei dem Traurigestich. Das wird sehr gern bei Beerdigungen hergenommen und gespult. Also gut, probieren wir es mal ohne zu weinen. Ohne weinen. Nur mitspülen? Nur mitspülen. Du kommst doch. Du kommst doch. Amen. 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 Amen.